Thomas Meier und Michael Thoman haben auf Facebook unter ihrer Seite Thoman & Meier, ihrer Firma, ein Video veröffentlicht, in dem sie dich suchen. Ja, sie suchen Verstärkung, Thoman & Meier ist am expandieren. Und es ist vollkommen logisch, denn die zwei Jungs sind ein Hammer. Deswegen gibt es noch eine große Kritik von mir, wo wart ihr Säcke vor 7 Jahren, wo ich einen Job gesucht habe. Jetzt bin ich selbstständig, glücklich, und kann man mir vorstellen, für irgendjemanden zu arbeiten. Falls ich aber doch einmal die soziale Absicherung suchen sollte, und mir alleine zu langweilig wird. Thoman & Meier wäre der richtige Ort für mich. Ihr bietet ein super Gehalt, 32 Stunden Woche, also 4 Fragewoche, und ein Wiener Linienticket. Das finde ich super geil. Die Jahreskarte, versteht sich? Ja, also, wer sich immer hier angesprochen fühlt, schaut euch das an, ich verlinke es unten. Die sind super, die beiden. Das Unternehmen wird Bombe, und ihr könnt dabei sein. Ich hoffe natürlich, dass sich auch Menschen mit Behinderung bewerben. Wo wir auch beim nächsten Thema sind, ihr Jungs habt es gut gemacht, ihr habt Untertitel in euer Video eingefügt. Großes Bussi aus Bauch bei euch beiden. Ich selbst mache auch Videos mit Untertiteln, und ich habe das schon seit ein paar Jahren gemacht, und man lernt nie aus, und ich habe jetzt erst erfahren, dass man bei Untertiteln auf die Kürze achten muss. Das heißt, eure Untertitel sind leider viel zu lang. Ihr habt dann oft so ganze Würste, zwei, drei Zeilen, über das ganze Bild, das ist viel zu lange, das kann kein Mensch mitlesen. Das ist das eine, und das andere, mir ist aufgefallen, dass ihr nicht wortwörtlich die Untertitel macht. Sinnmäßig habt ihr es richtig übersetzt, aber wenn ihr Mundrat sprecht, oder wenn ihr eine schiefe Wortstellung habt im Satz, dann solltet ihr das auch so wirklich in einen Untertitel reinschreiben, damit Menschen, die darauf angewiesen sind, dieselbe Erfahrung, dieselbe Qualität bekommen, wie jemand, der hört. Das ist wichtig, das habe ich selber erst gelernt, und ja, ihr wisst ja, wir lernen immer auch dazu, oder? Und am nächsten Mal ist eure YouTuber und Videomensch, bei dem es selber nicht hinhaut, und ich hoffe, bei dem Video funktioniert es jetzt. Der Thronburschen, ihr seid so leise. Wirklich. Und der letzte Punkt, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ihr habt den falschen Kaktus genommen. Das ist ein kleiner Insider. Das war's, mehr wollte ich nicht sagen. Burschen, ich wünsche euch viel Erfolg. Haut's rein. Ich wünsche euch viele Bewerberinnen, viele Bewerber mit und ohne Behinderung, und auf dass Thronman und Maier die Welt erobern wird. Bis dahin. Pia 3.